Ja, haute Leute, heute machen wir mal wieder einen Umbaufilm, wohl auch langsam Zeit. Wir haben nämlich noch einiges vor uns. Ihr wisst ja, wir sind hier noch auf einer halben Baustelle. Heute wollen wir die Auf- und Abfahrten optimieren, bevor wir dann anfangen mit dem Kopfbahnhof. Und zwar hinter mir wird diese Auffahrt hier noch optimiert, weil an einer Stelle hat es ja eine zu große Steigung drin. Die Auf- und Abfahrten auf der anderen Seite werden optimiert, also verbessert. Und hier unten haben wir auch noch eine kleine Sache zu machen. Das wollen wir in den nächsten Stunden mit euch machen. Viel Spaß damit, like und abo nicht vergessen. Welcher Teil ist es? Sag irgendwie ein Teil. Was? Sag irgendwie was? Ein dein Teil. 18 vielleicht? 18. Das könnte gut sein. 18. 20. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 25. 26. 25. 25. 26. 25. 26. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.